Hallo zusammen, heute wieder mal ein Blick in die Baugrube des Technikgebäudes. Ich kann es von hier gar nicht genau sehen, ob die Ecke vom Fundament auch schon ausbetoniert ist. Es scheint so, auf dem Rechner zu Hause könnt ihr es dann bestimmt genau sehen. Ich zoome einfach mal ran, wir sehen die Mauer, die ist jetzt schon fertig da, am alten Bahnhofsgebäude. Und das sieht auch aus wie betoniert. Ich zeige euch jetzt mal an. Ich zeige euch mal an. Schauen wir es uns nochmal von der Landesseite an. Dann laufe ich einfach mal vorbei. Dann laufe ich einfach mal vorbei. Dann laufe ich einfach mal. Dann laufe ich einfach mal vorbei. 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 Ich tue die Arzt. Ich tue die Arzt. Ich tue die Arzt. Kaffee Spannungsgeladene Kaffee Zitzen. Zitzen Zitzen Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.